Chaco Sun Reduction Broadly Presence So, die 50 GB sind jetzt auch runtergeladen von Call of Duty Modern Warfare. Und damit herzlich willkommen zu einem Test. Mal wieder für den Tag vor. Wie immer werde ich die Tastenbelegung einblenden. Mit Text. So, Autozuweisung. Einmal eine Waffe. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Abo dalassen. Würde mich echt freuen. Schauen wir mal kurz die Optionen an. Vertikale ist Empfindlichkeit auf 10. Horizontale ist auch auf 10. Bewegung ist absolut flüssig. Alter Schwede, das ist sogar besser noch wie bei BO3. Ich muss eigentlich gar nichts einstellen. Das sind anscheinend genau dieselben Belegungen wie bei BO3. Ich werde es euch trotzdem noch mal einblenden. Für die Leute, die das BO3 Video noch nicht gesehen haben. Ja, dann würde ich mal sagen, war das ein kurzer Test. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wer Lust hat, kann mich abonnieren. Bis demnächst.